Einfach reinstecken und schon ist es da. Es neigt sich nach links. Wenn Schokolade in den Magen gelangt, dehnt sie sich aus. Ich möchte kaufen. Ich habe aber kein Geld. Viele Waren sind heute rabattiert. Hallo, ich habe Geld, dass ich die leihen kann. Ich bin auch sehr müde. Und du? Ich warte auch. So traurig. Sie können noch ein paar Tage warten. Danke. Okay. Wir sehen uns wieder. Mein Magen ist sehr hungrig. Auf Wiedersehen.